Schönen guten Tag. Heute mal eine Runde Dead Cells. Ähm, ja. Für alle, die das Spiel nicht kennen sollten, guckt euch jemanden an, der da besser drin ist. So, dann machen wir mal wieder. Na, das läuft doch hier. Läuft doch ausgezeichnet, oder? Lass den wir mit. Jawohl, ja. Und es gibt, ich leg mich auf, Brutalität fest. So, dann wollen wir mal. Hm, Portal. Ne, 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 ne. Und hoch da. So, um was geht's? So, yes. Nehmen wir. Brauchen wir nicht. Äh, ja, rein da. Rein da. Also, ich spiele einfach jetzt so lange, bis ich sterbe. Ich weiß nicht, ähm, wie viel ich jetzt hier erzähle. Und, oh. Ähm, da sind wir. Und los geht's. Ah, elf Sekunden. So, jetzt können wir hier ein bisschen was, äh, freischalten. Hm, drei Zellen haben wir. Guck mal, das ist ja, ähm, das ist ja eine Menge heilen. Das ist ja eine Menge heilen. Eine Mutation. Killer Instinct. Verlängere die Zeit der Feinde deiner Fähigkeiten um... Äh, äh, hüpp. Hm, come home. Liege Instinct. Blindes Vertrauen. Rekomantie. Innerlich tot. Munition. Äh, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich... Glaube... Ähm, das hier. Den Killer Instinct. Jo. Und dann gehen wir weiter und... Und ab in die Kanalisation. Man rennt halt da durch. Und schnitzelt sich mit... Mit Monstern. Mit fiesen, fiesen Monstern. So, und zack, 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 zack. Und zack, zack, ja. Ui. 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 Oh, kann nicht schlagen. So, und das geht halt auch um Beschwindigkeit. Abonniert. Ja, damit ist ja nichts zu sehen. Und, wie, das ist alles nicht los. Und da haben wir hier. Und, wie, das auch mit? Also, es ist alles nicht. So, jetzt sind wir hier. Und, wie, das hier? So, und weiter geht's. Ähm, jetzt weiß ich auch nicht, was wir hier machen. Die Knallfrasche hier, zack. Da geht's ja, da geht's ja richtig, richtig weiter. Ah, da haben wir auch nichts. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich hab mich verlaufen. Das ist immer das... Das ist immer das Schöne an den Dingern. Dass ich mich da einfach verlaufe, meine Orientierung ist nämlich einfach... Die sind ja ekelhaft. Jetzt hat es mich vergiftet, dieses Fee. Oh, ist das ein Pigament? Das war ich das. Na, ähm... Taktik. So. Okay. Äh... Das war's dann auch von dieser Stelle. Ich verabschiede mich. Tschüssi. Sie... Ja?